Ciao meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Video. Ab heute gibt es auf Twitch ein neues Knife-Giveaway. Wie man da mitmachen kann, erkläre ich jetzt. Dieses Knife-Giveaway findet, wie eben schon erwähnt, auf Twitch statt. Die Streams gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Also gibt es heute den nächsten Livestream. Bei dem Giveaway handelt es sich, wie man aus dem Titel bereits herauslesen konnte, um ein Flipknife-Marble-Fade. Das Teil wird aktuell für ca. 350 Dollar auf Steam gehandelt und kann eben bei uns im Stream abgeholt werden. Die Giveaways laufen bei uns immer gleich ab. Wir machen das schon seit sechs Jahren und haben jetzt, das ist jetzt das 47. Knife, das praktisch rausgeht. Wir machen aber auch in jedem Stream Giveaways, also nicht mit Knives, sondern halt, da die ja jeden Stream sind, mit kleineren Dingen. Aber die sind, wie gesagt, immer vom selben Schema her ablaufend. Wir haben bei uns im Stream die Bubble-Dollar, das ist unsere Stream-Währung. Die sammelt man komplett kostenlos, indem man den Stream halt schaut. Also einfach anmachen und schon sammelt man. Ich erzähle euch gleich noch geschwind ein paar kleine Dinge zu den Bubble-Dollern, wie man noch mehr sammeln kann oder schneller sammeln kann. Und eben auch ein paar Infos zu den Streams. Grundsätzlich aber noch zu dem Giveaway an sich. Es läuft jetzt vier Wochen lang, in denen ihr einfach Bubble-Dollar sammeln könnt. Ihr könnt einfach in die Streams kommen und schön sammeln. Darauf folgend, also in der fünften Woche, und zwar in der Woche vom 20.09., also am 21.09., am 23.09. und am 24.09., in diesen drei Streams, wird das Giveaway dann offen sein. Also in jedem Stream, in der fünften Woche oder von jetzt an in fünf Wochen, ist das Giveaway dann offen. Und dann könnt ihr beitreten. Wie das funktioniert, wird dann in den Streams gesagt. Das ist eigentlich immer derselbe Befehl. Ausrufezeichen, Enter, Leerzeichen und dann irgendeine Zahl. Die Zahl steht für Tickets, die man sich kaufen will für dieses Giveaway. Und die bezahlt man mit den Bubble-Dollern, die man kostenlos bei uns im Stream erhält, wenn man schaut. Dieses gesamte System baut auf Aktivität einfach auf. Also wir wollen halt, dass die Giveaways von den Leuten gewonnen werden, die halt bei uns gerne sind, die gerne zugucken, die vielleicht dann auch ein Teil der Community sind oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Teil der Community sind, wenn man halt sich so bei uns rumdrückt. Und ja, darum generell dieses ganze System mit dieser Stream-Währung. Aber ich nehme an, das kennt man von anderen Streams auch. Also das Giveaway startet somit heute am 19.08. und geht dann praktisch bis zum 24.09. Also sogar fünf Wochen, indem man alle Zeit der Welt hat, diese Bubble-Doller zu sammeln. Man kommt ganz locker ohne Abonnement, also komplett kostenlos dahin, dass man bei dem Giveaway mitmachen kann. Jetzt noch geschwind ein paar Infos zu den Streams und eben den Bubble-Dollern. Also erstens, wir streamen dreimal die Woche fest, wie vorhin schon gesagt, Dienstag, Donnerstag ab 18 Uhr, Freitag ab 22 Uhr. Die Streams laufen immer fünf bis sechs Stunden, außer Freitags, da ist es nochmal meistens ein bisschen länger, so sieben oder acht. Je nachdem, wie fit wir halt alle sind und wie lange wir machen wollen. Die Bubble-Doller sammelt man, wie gesagt, kostenlos. Man kann aber gewisse Boni einfahren. Erstens, wenn man das erste Mal reinfollowt, bekommt man 50 geschenkt. Und wenn man aktiv im Chat schreibt, also immer mal wieder ein bisschen was reinchattet, bekommt man auch nochmal einen Bonus oben drauf. Das ist einen deutlich erleichtert, diese Bubble-Doller ansammeln zu können. Falls man möchte, also wenn einem der Stream gefällt oder man mich halt unterstützen will oder aus sonstigen Gründen, kann man freiwillig abonnieren oder sich vielleicht sogar ein Abo schenken lassen. Je nachdem, also bei uns werden recht viele Abos verschenkt. Dann sammelt man doppelt so viele Bubble-Dollar pro Zeiteinheit, also pro Minute. Man kommt also noch schneller ans Ziel, aber das ist wie gesagt optional, muss man nicht machen. Man kann auch komplett kostenlos mit am Start sein. Wenn man selbst abonniert, bekommt man 500 Bubble-Dollar als Bonus geschenkt. Wenn man ein Abo nochmal hingegen geschenkt bekommt, dann kriegt der Schenkende diese 500 Bubble-Dollar pro verschenktem Abo, das er raushaut. Des Weiteren kann man wetten, also auf unsere Spiele wetten mit seinen Bubble-Dollern, zum Beispiel bei CSGO, ob wir gewinnen oder verlieren. Wenn man gewinnt, kriegt man das Doppelte zurück. Wenn man verliert, ist halt alles weg. Ihr könnt euch gegenseitig bekämpfen, aber da müssen immer beide zustimmen, um jeweils 50 Bubble-Dollar glaube ich. Also man setzt selbst 50, der andere 50 und wenn man gewinnt, hat man dann 100. Und ja, das war es eigentlich soweit. Geldspenden werden vom Bot automatisch um das 50-fache auf die Bubble-Dollar umgerechnet. Also 1 Euro Geldspende ist halt 50 Bubble-Dollar aufs Konto drauf. Das macht der Streamlabs-Chatbot, den ich benutze selbst. Zu den Streams sind noch drei Sachen ganz wichtig. Erstens, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben in jedem Stream ein Giveaway mit zwei Skins, einem Sticker und einem Graffiti. Das findet immer statt, jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Freitag. Es gibt also jeden Stream vier Gewinner, die was mitnehmen können. Zweitens, wir spielen nicht nur CSGO. Wir fangen zwar immer mit CSGO an und spielen das auch meistens über vier Stunden lang oder so, aber dann wechseln wir auf TTT dienstags. Donnerstags spiele ich im Moment ein Singleplayer-Spiel und zwar Horizon Zero Dawn. Und freitags machen wir dann halt irgendwie GTA oder was uns halt so in den Sinn kommt. Da haben wir schon alles Mögliche gespielt. Alles, was halt in den letzten fünf, sechs Jahren beliebt war, haben wir auch schon gedaddelt. Und zu guter Letzt, drittens, ihr könnt bei allen mitmachen, außer beim Singleplayer-Spiele. Aber sonst, also die CSGO-Games sind immer Viewer-Games. Ich spiele nie alleine, ich spiele immer mit euch. Die TTT-Spiele in GTA, in Left 4 Dead 2 haben wir letztens angefangen und zockt das Freitags im Moment ziemlich oft. Also wahrscheinlich wird diesen Freitag auch wieder Left 4 Dead kommen. Diese ganzen Games zocke ich immer mit euch. Das wäre es eigentlich schon soweit. Es gibt noch eine Anmerkung, die mir jetzt gerade im Laufe dieses Videos eingefallen ist. Und zwar wird ja bei mir in den nächsten paar Wochen, ich weiß nicht wann, der Nachwuchs kommen. Es kann also sein, dass sich das Giveaway dann einfach ein bisschen weiter streckt. Also wenn das Kind kommt, werde ich sicherlich ein, zwei, vielleicht sogar drei Streams ausfallen lassen. Die werden einfach hinten dran gehängt und dann ist halt das Ganze um eine Woche verschoben. Also dann habt ihr halt eine Woche länger Zeit zu sammeln. Also ich werde auf keinen Fall das so machen, dass ihr weniger Zeit habt zum Sammeln, sondern eher mehr. Ich haue euch eher mehr Zeit drauf, dass ihr auf jeden Fall alle diese 4.000 Bubble Dollar voll bekommt, die das Teil kosten wird. Habe ich das schon gesagt? 4.000 Bubble Dollar, locky-flocky. Da bin ich eigentlich durch. Skinbaron habt ihr am Anfang ja schon gesehen, das Knife ist von Skinbaron übrigens. Vielen, vielen Dank an Skinny Baroni für dieses Kniftelchen. Schaut da vorbei, wenn ihr noch keinen Account habt. Einfach mal einen machen und reingucken. Skins kaufen und verkaufen. Deutscher Marktplatz. Und ja, einfach mal ran. Bis gleich im Stream. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe.